So meine lieben Leute, hier ist mein Mann, TrueStep Shakur, der Mann aus Frauenfeld, ein ganzes Feld voller Frauen, liegt ihm zu Füßen und er will euch jetzt 16 Bars kicken, ja, das wird richtig Pornomäßig, checkt den Mann ab hier, das ist ein ganz lieber hier, und bis in der Connerstraße 66, nicht 69, alle vorbeikommen, nackt im Tanga, I love you, and I miss you, TrueStep man. Was ist los, du fühlst es und weißt es, komm in und ich zeig das, es ist das, was du mir im Leben denkt hättest, bist am falschen Ort, wenn du es geschenkt hättest, Tag gleich ist es drauf, oder du läppst es, die Bewegung im Dunkeln, kennst es, Augen, wo funkle wie Sterne, krasse Autos mit glänzenden Felgen, der Park hätt schon Zeit und hätt viel Glück, pass auf dis Leben auf, denn es ist schnell weg, dass du mir, ja, jeder kennt's jetzt, sieh'n des Saal, egal wo du steckst, was du läppst, wie man mit TrueStep, brichst in die Nase, wenn es dir auf Furcht geht, da vor dem Fashion, mit Action, Tag gleich für dich und die ganzen Nation. Vielen Dank. Vielen Dank.